Jetzt heißt es wieder das Beste aus dem Katalog. Und vielleicht haben Sie die Sonnenstrahlen am letzten Wochenende genossen und auch genutzt, um mal rauszugehen. Und vielleicht ist Ihnen dann der ein oder andere Hobbypilot über den Weg gelaufen, der einfach nur so dastand. Und Sie haben so leichtes Suchen gehört und haben dann fasziniert zugeschaut, wie dieser Pilot sein Flugobjekt beherrscht. Und das können Sie sein in Zukunft, weil es macht unglaublich viel Spaß. Und wir haben hier ein Fluggerät, einen Quattrocopter der Extraglasse, der von jedem ganz einfach zu fliegen ist. Ja, und das ist das Ding hier. Der ist wirklich von jedem ganz einfach zu fliegen. Hier sehen wir ihn, da ist er schon mal ausgepackt. Er kommt in diesem tollen Koffer zu Ihnen. Da ist er drin, er ist zusammengefaltet. Und Sie sehen, wenn wir das aufmachen, ist alles super dick gepolstert. Das heißt, er ist wirklich gut geschützt beim Transport und beim Lagern natürlich. Hier, das ist richtig dicker Schaumstoff. Hier sehen wir den Quattrocopter. Ich packe den mal aus und werde ihn starten und Ihnen dann die Einzelheiten erklären, weil das ist natürlich das Tollste, ihn fliegend zu sehen. Wie gesagt, den Koffer bekommen Sie dazu. Dann ist er ganz einfach auseinander zu falten. Sie falten hier die einzelnen Rotoren raus, schalten ihn an. Dann sagt er kurz Hallo. Ich setze ihn mal hier hin. Das ist die Fernbedienung dazu. Auch die ist kinderleicht. Da vorne in dem Quattrocopter ist eine kleine Kamera drin. Hier vorne, das ist eine 4K-Kamera. Das heißt, sie nimmt in einer unglaublichen Qualität auf, für Sie dann eben zu sehen, was da passiert. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, sehen Sie schon, gehen die Rotorblätter los. Ich schalte noch mal den GPS aus, weil das hat er auch noch, aber hier im Studio ist das schlecht. Jetzt drücke ich einfach nur einen Knopf und schon startet er von alleine und wird in der Luft stehen bleiben. Schauen Sie mal. So einfach geht das und schon sind Sie ein Pilot. Jetzt kann ich nach links fliegen, ich kann nach rechts fliegen, ich kann ihn drehen und ich kann natürlich auch hoch und runter damit fliegen. Heute habe ich mal gewonnen, heute darf ich ihn fliegen. Das ist so kinderleicht und das ist das Beeindruckende hier. Durch ein Gyroskop, ein Vierachsen-Gyroskop, liegt er eben so ruhig in der Luft und Sie können damit machen, was Sie wollen. Das Bild wird übrigens gleichzeitig übertragen auf ein Handy oder Tablet. Und das ist ganz egal, ob Sie da ein Android-Gerät haben oder ein iPad oder Apple-Gerät. Und dann haben wir hier ein Gerät, ein Bild, was eben dieser hier live überträgt. Es ist wirklich phänomenal, wir sehen alle Kleinigkeiten. Schauen Sie mal da hin, wenn er sich jetzt dreht, einfach mal einen Rundflug in unserem Studio. Jetzt müssen wir natürlich sagen, richtig Spaß macht das, wenn Sie draußen sind. Dann können Sie das voll in Angriff nehmen. Merwe, jetzt Frage, wir sind jetzt Männer, das sagt man Männerspielzeug. Macht dir sowas auch Spaß? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch so ein bisschen verspielt, muss ich sagen. Mir macht sowas immer Spaß. Technik, rumfliegen. Weil ich meine, du siehst ja, was der kleine Mann da gerade filmt. Oder was das kleine Gerät da filmt. Richtig, genau. Also hier können wir jetzt direkte Aufnahmen oder Fotos oder Videos machen. Und jetzt stellen wir vor, du sitzt im Garten mit deinen Freunden im Sommer und du kannst das einfach filmen mit so einer Drohne. Richtig, das kannst du machen. Und wir sehen, Ingo ist schon ganz vertieft und das ist einfach, was mir Spaß macht. Jetzt müssen wir sagen, hier diese ganzen Optionen, die wir hier haben. Und jetzt vertreibt da gerade unsere Kamerafrau. Ja, diese ganzen Optionen, die wir hier haben. Also Optical Flow, du hast es gesagt, Start-Lander-Automatik, 4K-Cam. Übrigens im Freien dann auch GPS-Besteuerung. Ja, und die lange Flugzeit von 15 Minuten. Das sind normalerweise Sachen, die man im Hochpreissegment, also ab 300 Euro findet. Hier, schauen Sie mal, hier haben wir es für 123,49 Euro. Und kein Wunder, Ingo, dass das unsere beliebteste Drohne, unser beliebtester Quattro-Copter derzeit ist. Ja, schauen Sie mal, wie ruhig der hier in der Luft ist. Das ist also wirklich unglaublich, wie einfach der zu fliegen ist. Und wenn Sie so einen raus, wie du sagtest, draußen macht das natürlich noch viel, viel mehr Spaß. Wir haben hier 300 Meter Reichweite. Dann ist das nur noch ein kleiner, schwarzer Punkt. Und durch das GPS allerdings, wir haben hier eine Tasse auf der Fernbedienung, da fliegt er wieder zurück zu mir. Der weiß, wo ich bin. Das heißt, wenn ich also die komplette Orientierung verloren habe, kann ich den immer noch nach Hause holen zu mir. Ich kann ihn um mich herum fliegen lassen. Ich kann ihn hinter mir her fliegen lassen. Das macht so viel Spaß. Na, wer willst du mal fliegen? Zwei Mal? Ja. Okay. Einmal, ne? Ne, ich glaube sogar zweimal. Was ich so schön finde. Man hat vom ersten Moment an dieses Vertrauen ins Fluggerät. Kleiner Tipp für alle Anfänger, immer darauf achten, wo ist denn die Kamera? Wir haben da auch eine Headless-Funktion, dann ist es egal. Aber für den Anfang, wo ist die Kamera? Das ist vorne. Und dann ist alles andere ein Kinderspiel. Gerade auch durch die Start-Land-Automatik. Ich glaube, Ingo, viele haben Bedenken, spätestens beim Landen stürzt der mir ab und ich mache irgendwas kaputt. Nein, diese Besorgnis braucht man hier nicht zu haben. Ne, du musst wirklich nur einen Knopf drücken. Genau. Welcher war das nochmal? Der hier oben, der Knopf? So. Und das ist die Lander-Automaten. Warte. Jetzt landet Merve. Achtung. Guck mal. Perfekt an der Kante. Kannst du noch starten? Wie bitte? Selbe Taste nochmal. Und ein zweites Mal. Das ist so kinderleicht. Ich meine, jeder Mann kann wirklich diesen Katakopter bedienen. Und jede Frau. Jeder Mann, jeder Frau, jede Frau. Also für 123,49 Euro ist das ein Spielspaß ohne Ende. Und ich glaube, es treibt uns jetzt bei den ersten Sonnenstrahlen alle nach draußen. Und das ist auch etwas von Gemeinemacht. Irgendwo der Vater mit dem Sohn oder die Mutter mit der Tochter oder auch die Oma und Opa. Da ist die ganze Familie dabei. Und es macht wirklich vom ersten Moment an riesig Spaß. Weil es so einfach zu fliegen ist. Es ist so einfach zu fliegen. Und mit sowas ist man sofort der Mittelpunkt. Egal wo man ist, wenn man mit der Fernbedienung da steht und dann eben noch das Bild da hat, hat man ganz neue Perspektiven. Kann man die Welt von oben sehen und das aus 300 Meter Entfernung beziehungsweise 100 Meter Höhe. Das muss man sich mal vorstellen. 100 Meter Höhe. Ich wüsste, wenn ich das mal nach Hause nehme, habe ich meinen Vater und meinen Bruder erst mal 3,5 Stunden beschäftigt. Das ist unglaublich. Die fliegt mit Akku, den laden Sie ganz einfach an einem USB-Gerät. Und dann haben Sie hier Flug-Spaß mit Live-Bild auf dem Tablet oder Handy. Ganz egal, was Sie da haben. Er findet Sie und überträgt das Live-Bild in 4K. Sie können Aufnahmen machen, Sie können Fotos machen. Es ist einfach toll, was wir heute haben hier mit dieser unglaublichen Technik. In diesem Koffer kommt es zu Ihnen. Sie können sofort loslegen und Spaß haben. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Die NX 4940 und die 569, der Preis, Ihr TV-Sonderpreis 123,49 Euro. Also bezahlbare Technik, die normalerweise sonst nur im Hochpreissegment über 300 Euro möglich ist. So, eine Viertelstunde Flugzeit, das ist schon enorm lang. Wer die aber verdoppeln will, der macht es wie die Profis. Der holt sich noch einen Zweitakku dazu. Und den hast du uns jetzt auch für ganz kleines Geld mitgebracht. Ja, den Akku kann man einfach auch laden. Dann steckt man den, wenn der eine leer ist, steckt man den rein und verdoppelt damit eben die Flugzeit. Und damit haben wir jetzt eben doppelte Flugzeit. Der Akku kostet wirklich nicht viel. Vielleicht kaufen Sie sich auch gleich zwei oder drei davon, um eben praktisch grenzenlos Spaß zu haben. Sie können das auch unterwegs dann, wenn Sie unterwegs sind, mehrere Akkus haben, während Sie mit einem fliegen, laden Sie den anderen mit einer Powerbank. Ganz, ganz einfach hier. Der Akku kommt so zu Ihnen, passt einwandfrei rein. Der Akkuwechsel ist natürlich auch sehr, sehr leicht. Und damit verdoppeln Sie Ihre Flugzeit. Die Bestellnummer dafür ist die NX 4941 569. Ja, für gerade mal 12,39 Euro die Flugzeit verdoppelt. Und Sie haben es vielleicht bemerkt, die zwei waren unachtsam und ich habe mir die Fernbedienung geschnappt. Übrigens, die Bestellnummer ist die NX 4941 und die 569 für den Akku. Das Ganze wird natürlich per USB geladen. Ladekabel ist dabei. Sollten Sie kein adäquates Netzteil mehr haben, das haben wir jetzt für Sie eingeblendet. 5,69 Euro kostet das. Kann natürlich für alle anderen USB geladenen oder betriebenen Geräte genauso benutzt werden. Also einfach mit dazu bestellen. Hier ist die Bestellnummer, die SD2201 und die 569. Und die zwei versuchen gerade die Fernbedienung wieder zu holen. Nein, nein, die behalte ich jetzt. Ich muss mich irgendwas mit zwei Händen machen. Nein, 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 ich fliege jetzt noch ein bisschen und Sie können das in Zukunft auch. Ich sage Ihnen nochmal die Bestellnummer NX 4940 und die 569. Der Preis 123,49 Euro. Der Spaß unbezahlbar. Unbezahlbar, oder? Ja, auf jeden Fall. Das macht so einen Spaß damit zu fliegen. Hier unser Fluggerät, unsere fliegende Kamera für Sie. Unser faltbarer GPS Quadrocopter für Sie mit der Bestellnummer NX 4940569. Sie haben immer das Live-Bild dabei hier auf dem Tablet oder Handy. Das Handy können Sie sogar in die Fernbedienung einspannen. Ralf, du hast ihn gelandet. Gleich geht's los, dann nehme ich mir wieder die Fernbedienung. Sie gehen jetzt ans Telefon und holen sich diesen wunderbaren Flugkörper, der einfach zu fliegen ist. Und viel, viel Spaß damit.